So, Freunde, wir sind wieder da und da, der kleine Igelbiegel da unten. So, wir sind jetzt auch hier durch. Jetzt brauchen wir nur noch die zwei großen Räume da. Und dann würde ich sagen, sind wir bei MariaDia durch. Will ich jetzt hier durch. Komm, beweg dich. Und zwar will ich jetzt dahin, wo die, ähm, speichern? Ja, können wir mal eben machen. Wo die Weltraumpiraten eben waren. So, ähm. Ach so, okay, das war. Pse, ach ne, von hier bin ich doch gekommen. Wo will ich denn jetzt hier hin? Da unten rein will ich. Hä? Ach, da komm ich da wahrscheinlich auch rein. Mann! Scheiße. Okay, da komm ich nicht rein. Da komm ich auch nicht rein. Da krieg ich Kopfschmerzen. Warum mach ich mir eigentlich immer so kompliziert? So, Herrschaftszeiten. Aha! Endlich kommen die auch mal wieder zum Einsatz. Okay. Okay. Aha. So rum war das. Äh, äh, war ich hier schon mal? Ja. Ach ja, richtig, genau. Hep. Hep. Und dann, ähm, Samus, dreh dich doch bitte. Na, toll. Okay, jetzt komm ich nämlich auch hier hin. Was haben wir denn da? Oha. Ach, okay, da bin ich hier. Sehr gut. Da wollte ich sowieso hin. Wieso sieht das da so? Oha. Das sieht aber hier sehr merkwürdig aus. Aber hier gibt's nix Ha Tja Einfach nur ein Raum? Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen Ah, okay Ah, und ich baller hier natürlich erstmal wieder alles ab, nur um festzustellen, dass hier eine Tür ist So, und jetzt macht sich's wieder nicht Okay, da oben ist die Wand Näh Nerv Oh, ein kleiner Knupsi Hallo Knupsi Da dieses Das, also Hab ich da eine Fähigkeit übersehen oder nicht mitbekommen Ah, ha Oder nicht mitbekommen Oder warum Kann Samus sich noch nicht im Morphball richtig bewegen Ah, Samus Samus Samus, bitte Komm, hier schauen Leute zu Benimm dich Nicht aufregen Nicht aufregen Sie macht es nicht absichtlich Sie macht es nicht absichtlich Ist es wie wild Darauf rumhämmern Ist es mit Strategie Freunde, ich weiß es nicht Mir ist es so langsam jetzt aber auch scheißegal Mann Das wird immer schlimmer hier Okay Wieder nur so ein Ding Was ist das Okay, da geht's runter Aha Und wo komm ich dann hin Ich will aber da unten auch nochmal hin Aber wenn ich das jetzt da mach Wo komm ich da hin Ich hab keinen Bock Jetzt hier wieder in einen anderen Sektor zu kommen Ah, ein Geheimnis Ja Einmal Und Zweimal Schön, 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 schön So Geht's hier auch nochmal irgendwo weiter Nein Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurück Okay Dankschön So 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 Können wir hier auch wieder runter Ah, kleine Knupsi Ist noch ein Knupsi Hepp Hepp Ah, Knupsi Tust du Mama weh Jetzt kann sie den Sprung wieder ohne wenn und aber Das ist unglaublich Diese Frau Unglaublich Hepp So langsam Jetzt können wir hier lang Und dann müssten wir hier sein, wo die Piraten sind Richtig? Richtig Die waren aber eine Die waren aber eine Tiefe tiefer Hier müssen die irgendwo gewesen sein Genau Genau Da unten waren sie Ich komme Das ist ja nicht gerechnet, war Die explodieren so schön Na Aber mir fällt gerade ein Da ist ja immer noch ein Geheimnis gewesen Aber da komme ich jetzt so nicht hin Naja, dann will ich das Mir jetzt auch Nicht schwerer machen als es ohnehin schon ist Es war eh nur ein Missile-Container Was heißt eh nur? So, dann muss es ja hier auch irgendwo jetzt Ein Geheimnis geben Na gut, das kenne ich schon Ach, Samus, bitte Danke Warum sind hier Weltraumpiraten, wenn ich hier nicht weiterkomme? Ach, wahrscheinlich muss ich unten durch Da war ich da eben doch richtig Da, wieso schafft die das hier? Oder wieso schaffe ich das hier? Problemlos Nur woanders nicht Das ist doch unmöglich, Mann So Vielleicht von da unten? Moment mal, jetzt bin ich ja auch Schon Hier Wo Das Geheimnis Ist Bin ich hier Geradeaus runter Okay Schaffe ich das denn? Nein 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 Nee, das schaffe ich nicht Weil ich hätte gedacht, dann jetzt hier den Speedboost zu machen Und dann da hoch zu sprengen Aber das geht ja auch nicht Fragen über Fragen Moment mal, jetzt bin ich ja hier wieder Ob das mal so richtig ist? Freund, ich weiß es nicht. Hepp. So, ja genau, da sind wir ja vorhin runtergegangen. Wieso hast du kein Leben mehr für mich? Achso, weil ich volles Leben habe. Okay, sag das doch. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Tja. Irgendwie muss es hier hochgehen. Freunde, ich werde aber jetzt hier Schluss machen, denn die Zeit ist wieder einmal erreicht. Wir sehen uns im nächsten Teil NRW-Boy18. Adieu.